Ich bin Profi Brodie, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brodie, alles andere nur Dreck. Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf Hallöchen hier. Und heute werden wir uns den neuen Song von Fresh Torga anhören, angeben, wollte ich fast sagen. Helga und Marianne, kann ich nicht. Ja, ein geiler Song, ich bin gespannt, weil Marianne kann ja nicht und ja, weil sie nichts essen kann, vertragt sie nicht. Deswegen will ich sagen, let's go, ein erster Song der beiden Charaktere. Ich bin Hype, ich habe ein paar Szenen auf Instagram Storys gesehen, was die, wo die so drehen und wie die so drehen. Lass uns jedenfalls mal ein Like da und ja, let's go rein da. Das ist doch wirklich traurig. Wieso? Es gibt doch nichts Schöneres als Essen. Habe ich so meine Probleme mit dem Leben? Macht doch ohne überhaupt keinen Sinn. Aber ich... 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 Helga. Also... Ich komme nach Haus, es ist so schön. Oh, man sieht die mal nicht hier innerhalb von ihren Zäunen. Gut, einmal hat man sie noch gesehen, da waren sie in diesem Restaurant-Lokal. Ähm, aber hier jetzt, äh, geil. Ich lege mir ja auf die Kau. Haha, geil. ZDF. Genauso stelle ich mir das vor, wo Helga wohnt. Genauso. Mit diesem Tischdeckchen hier auf der Couch drauf. Hier die Lampe hier. Und das Gemälde hinten, das hatten wir auch. Also das ist so ein Teppich, ne? Das hatten wir auch in unserer Hütte in Österreich. Ich glaube, genau das gleiche sogar. Wenn nicht im selben Stil. F-Torg ist Schau. Der Kerner, der ist wow. Doch eine Sache fehlt. Wer weiß denn? Du weißt es ganz genau. Nee, sag mal. Haaah! Ist Marianne bei dir eingebrochen, oder was jetzt? Haaah! Ein Song über eine Essstörung. Sehr cool. Aber wie hat sich Marianne denn hier rein verlaufen hier? Das sind alles alte Radios und alte Fernseher. Okay, wie das aussieht hier, krass. Ganz recht. Weil es mit Fisch kenne ich mich gleich. Kann ich nicht roh. Kann ich nicht ein. Kann ich nicht weh. Kann ich nicht oh. Kann ich nicht. Oh, kann ich nicht wein. Kann ich nicht. Ganz ehrlich jetzt, wenn du mich fragst, geh lieber zu einem Ort. Der horcht dich ab und spricht mit dir. Und fragt, was du gern magst. Na, gar nix. Was ist denn bloß? Das ist so geil, wie die beiden Charaktere jetzt noch mehr wie getrennte Personen aussehen. Weil, äh, hier die auch Okt, das ist wahrscheinlich ein Kollege oder so. Ich hab eine Story gesehen, dass da teilweise auch andere Personen unter diesem Ding drumherum sind. Dank den Personen kann man die auch voll gut so in einem Raum darstellen. Von hinten so, was man natürlich nicht erkennt. Das heißt, wenn es kurzsache sind, dann sind auch nur Hüte oder sowas. Äh, ja. Und was ich spiele, ist ein Akkordeon, ja. In Kolumbien das Instrument. Das spielen alle Leute, alle Jugendlichen. Sogar Stadtgitarre und Schlagzeug spülen alle Akkordeon. Das ist das gehypte Ding. Weiß ich noch. Damals noch. Na, gar nix. Was ist denn bloß geschehen? Na, to see. Ich kann das nicht verstehen. Oh, geil. Klotin. Klotin, oh. Oh, ich vertrag auch keinen. Also, Klotin weiß ich nicht, aber Weizen vertrag ich nicht. Ich kann sogar Bier nicht mehr trinken. Zumindest mit Weizen drin, weil ich davon Spaß auf dem Klo habe. Wohl mit lecker Brat, Kartoffeln. Kann ich nicht, krieg ich Husten von mir. Ja, Husten. Oh, wenn ich mal was esse, dann wird mir davon schlecht. Und wenn ich mal was trinke, oh ja, dann ärgst du ganz recht. Weil es mit Fisch, kann ich nicht gleich. Kann ich nicht, 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 kann ich nicht. Oh, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Moriane, das kann doch nicht angehen. Du musst doch mal irgendwas essen. Kann ich nicht, hier, guck mal. Aber sie geht mit Taker in ein Restaurant rein. Oh, ich fand ja, das ist so geil gemacht. Oha, es ist richtig geil gemacht. Verschiedene Settings auch, wenn der Typ in der Gruppe in der Korn ist und diesen Hemden da, diese Seenmänner da. Ey, es ist übel geil gemacht. Location sogar auf einem Schiff, während es fährt. Es ist ultra krank. Nur für dich, Moriane, schönen Sauermagen vom Schwein, dazu Kartoffeln mit Erbsen und lecker Sumpse. Und danach trinken wir beide noch einen schönen Eierlikör. Na, wie wär's? Eierlikör, kann ich nicht, kann ich nicht. Kann ich nicht, krieg ich Schluck auf von. Wenn ich mal was essen, dann bin ich mir da. Und dann die alten Frauen hier, wie so im Kreis umtanzen, ey. So geil. Und wenn ich mal was trinke, oh ja, dann bin ich. Ich sag's ja die, das sieht tatsächlich dort oben genauso aus, ne. Also ich, ähm, wir hatten mal so eine Ferienwohnung in Krezil. Das ist ja auch bei Emden in der Nähe und die hatten auch so, auch so einen Havelsatz. Ja, fast genauso aus, sind auch so Leute rumgelaufen, die da standen und gesungen haben und so. Das sieht wirklich genau so dort aus. Also, hä, was red ich da, als ob es das jetzt alles gebaut wurde, nur für das Video. Natürlich sieht's aus, wenn Teuge da dreht, komplett lost. Aber Teuge dreht ja auch nicht dort, der dreht ja wahrscheinlich dann bei sich auf, an der Nordsee. Ich war an der Ostsee. Ja, ich wollte nur sagen, dass an der Ostsee eh nicht aussieht, sowas wollte ich sagen. Das ist meine Message, perfekt. Danke für deinen Submeisterkrachen, danke schön, danke schön, danke schön. Ja, ne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Zwiebelsuppe mit Zwiebeln und Subbe. Kann ich nicht. Jo, danke für die Besserung. Ciao. Mugdat. Mugdat. Oh. Wie süß. Ja, den Wall. Natürlich. Hast du auch den Wall gesehen? Ja. Unglaublich. Geil, oha, voll nice. Einen großen Dankeschön an. Fischerbetrieb, Hotel, also echt krank, ne? Shantikor Heide, die Buddelschipper, geil. Wie gekühlt haben wir das Heimutmuseum gedreht. Dann stelle ich mir den ganzen Radios. De Wördener Kageln, Mama Ulrich für die Brötchen, nice. Hey, Kiki, Wasser, Straßen, Schissart, Stützpunkt, Büsum. Moritz, danke, dass du schnell einen Lippenstift geholt hast. Ey, nice, nice, nice. Noch mehr, Leute? Ne. Ey, krank. Krankes Ding, mega aufwendig. Feier ich ultra hart. Ist ultra geil geworden. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Jeder, der sich hier an diesem Song wieder sieht, sollte unbedingt zum Arzt gehen. Ja, jeder, der auch das selben fühlt. Ja, Leute, sonst kommt gerne auf Twitter auf Twitch. Ich bin jetzt live und jeden Tag live eigentlich. Und ja, kommt vorbei, lasst Hallo im Chat da und wir sehen uns dann gleich dort.